Ich kann nicht mehr! Dann guck dich doch mal an, wir sind die letzten Schlammsäcke! Ich hab einfach ein Problem, weiterzulaufen! Meine Hose roten! Meine Hose! Meine Pannscheibe! Meine Pannscheibe! Aber Sie haben einen Handstaubsauger? Ja, hab ich! Aber Moment mal! Aber doch nicht für den Preis! Nein, ich hab' ich! Ach so! Nee, meine Zeit, ja? Ah! Scheiße, Mensch! Meine Nerven! Aber, aber schauen Sie mal, das wäre eine Rabattaktion vom Arbeitsamt 395! Okay, das ist mal ein... By the Rebys of Babylon! Was sind Sie denn? Was machen Sie denn hier? Kollege, hier geht's raus, Kollege! Tschüss! Oh, Lampe! Du, nehmt ruhig, das sieht ja lecker aus! Ah, ich muss mal die gleiche... Raus reinlassen ruhig, wir müssen gleich reinlassen! Ja, Moment, mein Kumpel sagte gerade, ihr guckt mir da mal auf den Arsch? Nee, das kann ja wohl nicht sein, oder? Du hast das alles durch deinen Arsch verdeckt! Oh! Aber die sind doch Bordnutten, gibt's die nicht? Na! Ich hab immer ein bisschen Nuttengeld dabei! Ich bin jetzt nicht schwul, aber ich bin... Nee, oh Gott, ich bin überhaupt nicht schwul! Nee, ich glaube, ich kann auch mit Jungs! Weißt du, was? Komm mal hier, ich höf mich! Ich höf mich doch! Ah! Ist das für ein Spaß gewesen? Nutt! Ach! Ja, genau mehr! Ach! Ja, genau! Wer will denn nun los? Komm doch los! Ja, nein! Meine Eier! Aua, Mensch! Wenn wir angekommen sind, bin ich impotent!